In der Weiterverarbeitung werden die Endqualität, Lieferzeit und letztlich auch die Wirtschaftlichkeit des Gesamtauftrags bestimmt. Daher suchen Druckereien oder Weiterverarbeitungsbetriebe in diesem Bereich eine gesteigerte Produktivität, Flexibilität und hohe Transparenz der Prozesse. Wie wichtig diese Anforderungen sind, zeigte der hohe Besucherandrang bei den diesjährigen Postpress Commercial Days in Heidelberg. Nachher zu 300 Teilnehmer aus der gesamten Welt überzeugten sich Mitte Oktober bei dieser zweitägigen Themenveranstaltung der Heidelberger Rückmaschinen AG im Printmedia Center am Standort Heidelberg. Dort wurde das komplette Portfolio für Falzen, Zusammentragen, Heften, Binden und Schneiden gezeigt, welches die individuellen Kundenwünsche abdecken, von Einstiegs- bis hin zu Profimaschinen für die industrialisierte Druckproduktion. Weiterhin erlebten die Besucher, wie alle Postpress-Neuheiten der Drupa 2012 für den Werbedruck im PMC über den Brinect Postpress Manager in eine vollstufige Druckerei integriert werden können. Erstmalig wurde hier auch der neue Sammelhefter Stitchmaster ST200 Compact und die Hochleistungsfallsanlage Stahlfolder TX82 im PMC gezeigt. Live-Demonstrationen gab es ebenfalls am Sammelhefter ST500, am Klebebinder Eurobein Pro, der Stanze Karma PC76 und an den Schneidmaschinen Polar 115 und Polar BC330. Bei den Live-Analysen der Vorführungen konnten die Besucher anhand der realen Produktionsdaten konkrete Maschinenfunktionen nachvollziehen, was auf durchgehend großes Interesse gestoßen ist. Abgerundet wurden die Postpress Commercial Days durch Fachgespräche mit den Experten an den jeweiligen Maschinen, durch Informationen über Service- und Verbrauchsmaterialien sowie Trainingsmöglichkeiten der Printmedia Academy von Heidelberg.